ach du meine güte ist das hier wirklich die marktlegende vom server kebing dieser sam der charakterifizierte gem ballen hier einfach schick ist das geil ach das ist ich hatte mich mit ihm ja letztens unterhalten wegen der wegen wegen dieses markt outfit was vor allem auf weiblichen kleriker chas doch ganz gut aussieht wie viele leute denken und hier hat er wahrscheinlich noch seinen kleri kurz für uns präsentiert ist ja nice grüße gehen raus an dieser samen die marktlegende aber wir wollen uns ja auch die anderen gilden hier so ein bisschen anschauen vom server kebing so wen haben wir denn hier noch meine güte die katze sieht aber auch cool aus das ist auch ein geiler screen die habe ich schon letztens gesehen woher kommt denn diese neue katze also ich meine jetzt nicht kamikata sondern die daneben das ist auch ich habe hier so viele leute zehn sekunden video schon zu tausend screenshots für stammt wieder gewonnen er waren so leute hier ist die alte sucher farm legende man kennt ihn einfach wenn haben wir noch hated eine neue gilde war weiß ich nicht so richtig pentacle hat sich aufgebaut ich glaube mr f die legende ist auch wieder bei pentacle oder scheint aber heute hier bin ich da zu sein wasser koche vielleicht wolfie nicht auch ein guter name wen haben wir hier noch wen haben wir hier noch hier sind eher so verkaufsstände wir gucken mal nein du wenn du mit deinem crush telefonierst und man nicht weiß wer auflegen soll nein du nein du oh mein goooot wie haben wir transzenden interesting wir gucken einfach mal weiter warum spiele ich das tja das ist natürlich eine gute frage hier das meinte ich oh mein gott das ist perfektionista von cat mom ich erzähle euch auch warum das hier perfektionista ist von cat mom ich hatte dieses reit hier auch für eine kurze zeit ja das hat man wenn man so ein charler wird kriegt man das für eine kurze zeit und da ist mir aufgefallen dieses reit hier wäre mega nice permanent handelbar deswegen meine empfehlung macht diesen coolen gecko hier permanent handelbar und nein ich meine nicht den axolotl minder und der ist auch witzig weil ich meine hier diesen salamander macht den mal permanent handelbar würde mich sehr freuen so ein control von home office auch am start nice trotz kopf get clapped oder schreibt mir auch immer viel moin mein alter homie ja nicer style ich muss mal wieder so eine style analyse machen habe ich auch lange nicht mehr gemacht so aber in sachen gilden hatten wir viele ja wobei resonate die ehrengilde von karsel grüße gehen raus die sind cool die sind cool und dann haben wir hier noch so karsel bamba ist auch ein richtig cooler typ grüße gehen raus an bamba auf jeden fall impact ja der einzige der sich hier mal ein bisschen bewegt wenn ich mit meiner krabbe langs leide mir ist auch oft in den kingdom quest wo ich am farmen bin die control verfolgt mich einfach mit ihrem viel zu langen axolotl axolotl sehen ganz anders aus die sind nicht so lang die sehen ganz anders so wir sliden hier mal nach elderyne wo immer so die meisten gilden chill plätze sind und gucken mal was denn hier schon warte mal wir können ja mal auf noch warte mal eben alphas luna blackpink ach das ist doch hier diese eine kpop boy band oder blackpink ist das nicht diese kpop boy band leute also habe ich schon mal gehört habe ich schon mal gehört was von so wie ich wollte gerade sagen hier ist doch eine hochzeit ist nur chica mit einer katzen eiscreme Normalerweise wenn man das sind da so mehrere für noch zeit na egal so wen haben wir denn hier noch so all for one hatten schon letztens in die kommentare geschrieben ein neuer chill spot ich erkenne jeden schild der ist neu das hier ist gilder relaxed Leute was soll ich sagen da passt der name All for one tochi ey ich kenne so viele dieses spiel spielen weil tochi habe ich auch schon mega lange auf der friendlist nice dass er Schrägstrich sie hier meine gilde gefunden hat klassen clown emma Auch dieses freche gesicht ja das passt natürlich Agoni haben wir hier heute nicht ganz so stark hatten wir schon mal mehr hatten wir schon mal mehr Ach der hat hier diesen erdnussflip ist ja geil Was sie hatten stylischen schau auf jeden fall Liara oder so weiß ich nicht In sachen style ist Agoni heute gut vertreten aber wir hatten hier schon mal mehr leute am start Dann haben wir noch so Leute kennt ihr noch diese crazy zeit wo sich alle so gegenseitig atze genannt habe und so komische sonnenbrillen getragen haben mit so Die so gitter hatten kennt ihr das noch das war eine wilde zeit wo hier werden eine nice dance performance Das wäre auch ein guter screenshot leute ich ich komme hier nicht aus dem Jedes mal jede sequenz wo ich hin reide mit meiner geilen qual Screenshot 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 es musste eine neue Festplatte entwickelt werden für meine ganzen Neißen vier sonnen screenshots wo ich alle immer nicht weiß ist das sind haben wir jetzt lassen haben Wann entwickelt endlich mal einer die mir sagt welches ich nehmen soll es wäre wirklich praktisch haben Das wäre es wäre wirklich mal praktisch hier nicht immer nur bild generation nicht immer nur text generation Auch mal eine thumbnail auswahl Entwickeln das wäre doch mal was hier haben wir Anonymat das wäre auch ein guter screenshot Ja okay ich höre aufkommen jetzt sind wir auf einmal wieder viel mehr Kamusari die war hier eben noch nicht Ja diesen schnurrbart fand ich war nicht so geil ich gesagt oh jakumos hat sich heute endlich mal hingestellt haben sie sich endlich mal Erbarmt wenn ich hier eine video aufnehme sich hier auch mal hinzustellen Ach guck mal die haben sogar so ein teamfarben Die haben so ein bisschen team rocket fahren war team rocket nicht immer so lila hier mit wie hießen die denn jesse und james mit smogger und ich bin Im pokémon thema drin leute ich werde noch mal pokémon youtuber ich sag's euch leute ich sag's euch wie es ist Weil dann wir hier noch so die sehen aber auch irgendwie aus als würden die zusammengehören Alter was hat der denn für einen krassen style genommen Rundelhaus Ist ja crazy Der hat meine style meter gebrochen Der hat meine style meter gebrochen Frechheit Na ja Finde ich frech So wen haben wir hier noch Lichtblicke Lichtblicke haben wir hier noch Hat sich auch ein bisschen weiter aufgebaut Diese clowns nase Ähnlich wie meine soloq teammates hier schon wieder cool Wen haben wir hier noch tiger und das wäre auch ein screenshot so Licht blicke hat sich auf jeden fall auch weiter ausgebaut super strong strong Den haben wir noch so flinch okay Ja leute wir hatten heute ja kommen aus und paar gilden pentacle die ich alle wieder schon vergessen habe Und ein paar coole andere leute noch gesehen naja ich hoffe ich hat diese gilden rundschau gefallen wir sehen uns auch beim nächsten vierste an einem video wieder Das ist ja lustig mit den schneemannern hier Ist ja auch lustig na egal bis zum nächsten video